Hu 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 ha ha, jetzt geht's da ruch und taa Und ich... Ach du Scheiße Oh oh Nein! Wie kommt denn das Vieh jetzt dahin? Ich will nicht weiter Nein! Du elendiges Missspiel! Du machst mich fertig! Puh Ein bisschen schleichen Ein bisschen schleichen Das ist so schön Das ist so schön Weiter liegt hier nichts mehr Doch da oben ist noch was Aber voll Oh mein Gott Ein Auto Tiefgarage Ah! Alter Hau ab! Oh Mann, bitte! Ich will nicht weiter Was soll man gegen so ein Vieh ausrichten, Mann? Ach! Ah! What the hell! Ah! 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 Oh meinig Fresse Und jetzt? Hilfe! Voll. Ich kann nicht. Renn, verdammt. Renn, renn doch, Mann. Wow. Und jetzt? Geh, weiter. Ähm. Oh, da ist ein Auge. Okay, der kann uns schon mal nur so sehen anscheinend. Jetzt schaut er da rüber. Renn, 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 renn. Und duck dich. Und duck dich. Ah, er hat mich gesehen. Nein. Boah, alter. Elendiges Missvieh. Oh, Mann. Oh. Oh. Und jetzt? Hör mal. Vielleicht das Auge abschießen. Okay. Wie erledigen wir das, Missvieh? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber da oben ist doch irgendwie... Wie. Wah, der kommt ja wieder. Äh. Äh. Das war's für heute. Kommt der hier rein? Anscheinend nicht. Oder? Wow! Okay. Keine gute Idee. Renn, renn! Renn, renn! Wow Alter Nein Ah, der wird schon ein Doktor. Jedes Mal, Mann. Ah, wo geht's lang? Oh, nee, oder? Alter. Puh. Ähm, hier. Oh, das ist auch kaputt. Wo soll ich mich jetzt noch verstecken, Mann? Ach, du Scheiße. Okay. Das war's dann. Ähm, ich muss ein bisschen strategischer vorgehen. Oh, meine Güte. Und da ist das Spiel abgestürzt. Du hörst. Renn. Nein Nein, lad doch nicht so lang nach, Mann Ja Goddammit Wegrennen Renn, renn, renn Ah, und da oben ist Benzin oder irgendwas Nein Go, 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 go Oh Ah, Mann Wartet mal Ich brauche jetzt irgendwas, wo ich das Benzin mit anzünden kann Ich brauche jetzt Ich brauche jetzt Ich brauche jetzt Ich brauche jetzt Verdammt nochmal Da ist auch Benzin Oh Gott, kann ich noch? Ich brauche jetzt Ich brauche jetzt Wie wird der erledigt? Ich weiß es nicht, Leute Ich habe keine Ahnung Vielleicht mal gleich hier mit den Dingern drauf knattern Nehmen wir erstmal die Nehmen wir erstmal die Nehmen wir erstmal die Granaten Er hat mich gesehen, Mist Ich brauche jetzt Ich brauche jetzt Ich brauche jetzt Die Bitte mal Granate und Schultflinde und hab ich ihn geschafft ich hab ihn geschafft Gott sei Dank aber oh oh du Dreckswieg man Elendiges Mist Dreckswieg du Elendiges aber ich befürchte mal 20.000 cool ich befürchte mal fast das war nicht das letzte Mal dass wir den gesehen haben leider jetzt erstmal schön gemütlich hier alles aufsammeln alter alter schweige Das macht mich fertig. Ich mag nicht mehr. Bleib jetzt einfach hier. Hier ist es jetzt schön. Da noch irgendwo was? Hier, genau. Das haben wir voll. Nicht benutzt. Boah, schön. Schön Chael haben wir wenigstens bekommen. Alles voll. Alles voll. Und schon wieder in einen Aufzug. Hilfe, Hilfe. Kapitel 10 überlebt. Spiel speichern natürlich. Was? Elf Stunden haben wir schon gespielt, hey. Ei, 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 ei. Texas Kapitel. Das wird doch nicht noch weiter gehen. Das war doch schon der Endgegner, oder? Wahrscheinlich ist es der Rubik. War ja sowas von klar. Ja. War ja sowas von klar. Oh-oh. 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 Kapitel 11. Das war ja sowas von der Welt. Kapitel 11. Wiedervereinigung. Tschüss, bye bye